Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu neuen Shopview hier auf meinem Kanal. Wenn euch diese Videos gefallen, dann hast doch gerne ein Abo und Like, da würde mich auf jeden Fall extra ihn freuen. Und ich würde sagen, wir suchen direkt in den Item Shop und gucken, was dort heute neu ist. Wir haben auf jeden Fall drei neue, vier neue Avengers Items, Marvel Outfits. Ich würde nur sagen, wir beginnen direkt mit dem Star Lord Outfit zum Guardians of the Galaxy Set. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, auch wieder ein epischer Skin, vom Preis her. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir Tanzduell, 500 V-Bucks. Auf jeden Fall cool, gefällt mir. Und dann haben wir noch die Guardians Axt. 500 V-Bucks, dafür gehen auf jeden Fall auch vollkommen klar. Dann haben wir die Milano. Sieht sehr cool aus, wie ich finde. Auch hier die Animation so. Gefällt mir auf jeden Fall, 1000 V-Bucks, geht dafür auch vollkommen klar. Aber Traubenblume gefällt mir jetzt nicht ganz so, der Stil. Trotzdem geht er eigentlich ganz gut klar. Dann haben wir Showstopper. Ganz cooler Beat. 500 V-Bucks, gehen dafür, klar. Dann haben wir den Warthog Gleiter. Ist ein Standard Gleiter. Allerdings sieht er eigentlich jetzt auch nicht allzu schlecht aus. Eben halt im Karmus-Stil. Aber Nacht Eule. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. 800 V-Bucks sind dafür auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir den Grill Sergeant oder Grill General. Finde ich auch cool. 800 V-Bucks kostet er auch nur, also nur ein grüner Skin. Lohnt sich ein nicht. Kann sich jetzt nicht beschweren. Und dann haben wir noch wahre Liebe für 200 V-Bucks. Geht das auch wirklich vollkommen klar. Dann ist er noch rüber in den Rettig-Welt-Modus. Und gucken, was dort heute an Lamas drin ist. Wir haben heute das Fernkampf-Waffen-Lama. Epische und blaue Skizzen brauchen sowieso nicht. Man recycelt die nur. Deshalb 200 V-Bucks sind da ein bisschen zu viel. Ja, lohnt sich auf jeden Fall eher nicht. Ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Video wieder ein. Und bis dahin. Ciao.